Wir haben Politik, die sich nicht an den Menschen orientiert, sondern wir haben eine Politik, die sich am Kapital orientiert. Es wird Pflege, Gesundheit, Bildung, alles wird unter Kapital Einfluss gestellt, alles muss gewinnbringend sein. Und das ist nicht unsere Politik. Und was vor allen Dingen auch nicht unsere Politik ist, wir lassen uns nicht kaufen. Das ist ein ganz wesentliches Merkmal von den Linken. Alle Parteien bekommen große Ständen von der Industrie, von der Pharmaindustrie und allen möglichen. Wir sind nicht käuflich. Wir machen unsere Politik aus dem Verstand und aus dem Herzen und nicht aus dem Geldbeutel von der zum Beispiel der Pharmaindustrie. Das ist nicht unser Bild.